Ja, wir sind sehr froh, dass wir mit Sotec einen neuen Partner präsentieren konnten für die Trikotbrosten als Hauptsponsor des VfL Osnabrück. Ein Partner, der Kollege hat es gerade gesagt, weil es heute regnet, der bei Wind und Wetter zu uns steht, hier aus der Region, aus Versmold. Ein Partner, der eben seine Marke deutschlandweit bekannt machen will und gleichzeitig regional wirken will, mit Blick eben sich zu positionieren als Arbeitgebermarke in der Region. Ja, unser Unternehmen ist schon seit Jahren Partner des Sports, also wir sind sehr engagiert bei unseren Vereinen, in unserer Umgebung und wir haben jetzt einmal gedacht, wir können mal den Sprung nach Niedersachsen schaffen, da gibt es immer eine Grenze dort, das war Niedersachsen und das wurde uns angeboten, wir haben uns sehr gefreut. Es ist für uns natürlich auch eine tolle Sache, unsere Marke auf der Brust von Osnabrücker Spielern bekannt zu machen und das ist so eigentlich die Intention gewesen. Wir sind auch schon im kleinen Sponsor gewesen, in der Bannenwerbung, so ein paar Jahre und jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir einmal mehr, die Chance wird uns geboten und die haben wir ergriffen und wir freuen uns darauf, die nächsten Jahre den Weg mit Osnabrück zusammenzugehen. Also ich glaube, dass so eine Partnerschaft per se immer etwas ist, wo man sehr intensiv drüber sprechen muss. Das haben wir getan, wir haben auch mit diversen Partnern gesprochen, haben diverse Ideen ausgetauscht und sind froh, dass wir mit Sotec jemanden gefunden haben, der vor allem aus der Region kommt, der aus der Region kommt und deswegen auch mit den geteilten Werten zum VfL Osnabrück passt. Schwierig ist sowas immer, gleichzeitig haben wir, glaube ich, aber auch was zu bieten. Wir sind eine tolle Marke, der VfL Osnabrück ist eine besondere Marke im Fußball, eine Traditionsmarke, ist der Leuchtturm der Region und hat halt auch Strahlkraft über die Region hinaus und deswegen machen wir uns da auch nicht kleiner als wir sind und das Engagement von Sotec zeigt, dass wir da auch was zu bieten haben. Vielen Dank.